Hey, da ist der Keller. Und da ist Bambi, aus dem Schrank. Tu es. Ich geh mal in den Keller. Da ist bestimmt ne Box. Ich halt wache. Ja, geh, mach was sinnvolles. Nicht so wie ich. Dich beschützen ist nichts sinnvolles. Nein, die sterbt auch eh. Ne, das tun wir alle. Ja, irgendwann auch wieder. Warum ist es auch schon ein Generator? Und hier ist auch schon Terroradius. Siehst du? Deswegen war sie voll. Das ist der Demogogon. Ja, genau. Komm zu mir. Ich bleib da mal im Keller. Macht ihr mal. Uh, ich war im Schrank und hab 50 Punkte Tapferkeit bekommen. Okay, ich geh wieder in den Schrank. Bleib am besten unten im Keller. Das glaub ich auch. Jetzt geht er wieder. Achtung, da ist noch. Jetzt hat er mich nach Black gefunden. Er bleibt aber auch stur da stehen. Ich wollte auch mal, dass mich ein Killer einfach in Ruhe lässt. Kann er mich auch noch aufnehmen? Ne, das geht nicht. Kommt er jetzt runter in den Keller? Oh, da kommt er. Oh, da kommt er. Er kommt runter. Jankus, Kuss. Jankus just kommt. Oder nicht. Nö, renn weg. Genau, lass mich im Stich. You fly, Kling. Ich muss mich nur mal kurz bewegen, weil jetzt gleich kommt der Nächste ja mit. Oh, wie schön du da schwangst. Holt er dich runter, Bambel? Ne, ich lieg noch auf dem Boden, aber ich glaube, jetzt kommt er noch. Ja, und jetzt muss ich leider Mr. Black schon runterholen. Ne, jetzt kommt er runter, oder? Ne, er macht Zeichen auf dem Boden. Und trifft mich. Ja, perfekt. Das wird eine sehr kurze Runde. Wofür habe ich jetzt... Das wird eine kurze Runde. So gut wie die letzte war, so schlecht wie die jetzt hier. Da kommt wieder der Jankus. Mit deiner Taschenlampe. Ja, genau. Tschüss. Bring mich runter in den Keller. Oder? Ja, bring mich runter in den Keller. Bring mich runter in den Keller. Ja, das äh... Ging schnell jetzt. Ich glaube, er bringt jetzt alle vier hier runter. Kann das sein? Ja, es wäre möglich. Ich überlege, ob ich mich einfach runterstellen soll und mich einfach catchen lassen soll. Das ist... Oder ich warte einfach bis die, äh... Uh, Mr. Black ist jetzt eh tot, wenn er ihn wieder gebracht hat. Hi. Ja, da kommt er jetzt hoch. Schön. Schön. Ja, da fliegt gerade Mr. Black hoch. Und Janku? Lass mich doch nicht hier alleine. Ich hab' uns gerade auch allein gelassen. Äh... Ich hab' dich einmal gerettet. Ich hab' keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin halt nicht da lang. Hilf mir! Oh Gott. Oh Gott. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja. Es ist wie bei Munchkin hier. Kill your friends, catch the treasure. Lässt er dich jetzt liegen? Ja. Verdammt, der ist doch noch intelligent. Obwohl er eigentlich nur ein großes Maul hat, statt ein Hirn. Aber weißt du, was toll ist? Ich bring für jeden Geschenke mit. Das ist nett. Ich bin wieder Weihnachtsmann. Nur nicht zu Weihnachten. Er bringt mich wieder runter ins Basement. Ja, dann. War doch ein Haken in der Nähe. Ich glaub' Basement-Haken geben einfach mehr Pute. Wenn's eines ist, was er hier kriegt, ist es Pute. Weil er sich alle tötet. Also alle! Was? Ah, guck an, da ist ein Maulwurfsügel. Ja komm, jetzt lass mich das Ding wie dieses doch machen. Och! Ich bin noch ein wenig weit, wo es ist gestorben. Es ist heute auch schon mal in fast ein Erfolg. So, dann haben das ja heute schon mehrere Erfolge. Mhm. Und so fängt es an und so endet es. Wo ist denn kommen? Wo ist denn kommen? Ja. Ja. Ja.